So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO und was ist da denn schon wieder los? Da blickst du echt nicht mehr durch langsam. Ich habe eigentlich einen Main-Account, der ist auf Level 50. Den kann ich gerade nicht spielen, deswegen habe ich ja den Spületrend-Account gemacht. Wer das immer noch nicht weiß, warum der Spületrend heißt, äh, wir wollten ein Video von Spületrend gucken, im Stream. Und dann hieß es von Genaya aus, ach, ich muss erst mal spülen. Dann habe ich gesagt, gut, wir gucken Spületrend, sie guckt Spületrend. Machen wir halt jeder sein Ding für sich. Und dann hat sich das so eingeprägt irgendwie, als ich einen neuen Account erfunden habe, äh, gemacht habe, habe ich den dann einfach Spületrend genannt. Da ist kein Hate, da ist kein gar nichts, das ist eigentlich nur ein Spaß, der jetzt hier in der Community so ein bisschen verbreitet ist. Jetzt habe ich die ganze Zeit gedacht, weil auch schon jemand gesagt hat, Ramses, wieso ziehst du denn nicht mal einen zweiten Account hoch oder so? Du hast doch so viele Accounts, die sind alle nur auf 40. Wieso setzt du dich nicht mal hin und machst einen zweiten 50er? Und jetzt habe ich überlegt, ich habe ja ein bisschen Zeit, da der Main nicht da ist. Warum mache ich das eigentlich nicht? Ich wusste nicht, welchen ich nehmen soll, nämlich einen von den gelben. Die hießen ja eigentlich immer alle Aiva Scharf, Aiva Mild, Aiva Soft, Aiva Kids, Aiva Picant und so weiter, dass diese Aiva Reihe da ist, bis der Main Account eben Aiva Scharf verlassen hat und sich Ramses genannt hat. Und was mache ich dann? Nehme ich jetzt einen zweiten, den Aiva Mild, nehme den raus oder nehme ich den, weil der eh nicht zur Aiva Reihe gehört. Das ist ein Account, den hat mir damals ein Kollege, den Account plus Handy abgegeben, weil er gar nicht mehr gespielt hat. Das war der typisch Andy Account. Falls ihr den schon mal gehört habt, x typisch Andy, x war das. Den wollte ich jetzt unbedingt nennen in Null, Ramses der Dünne. Aber es nicht ging, du kannst kein Ü machen, du musst UE machen und durch das UE ist das Wort zu lang und man konnte es nicht mehr schreiben. Jetzt habe ich den einfach Samyang Bulldog genannt, weil ich ja eh so ein großer Samyang Fan bin und ich eben da Samyang, Samyang Bulldog, Nudeln, Zeugs, alles ist eben meine Leidenschaft. Deswegen haben wir bei Spüle trennen die Spüle im Hintergrund. Jetzt habt ihr hier beim Samyang Bulldog die Samyang Nudeln im Hintergrund. Ich habe einen Community-Post gemacht, dass ich also vorhabe, auch diesen mal auf Level 50 zu ziehen und als richtigen, vollwertigen, zweite Account zu nutzen. Habe meinen Trainer-Code geteilt, habe auch ein paar Anfragen schon bekommen. Muss sie dann alle noch annehmen. Wer das noch nicht mitbekommen hat, wer es durchs Video jetzt mitbekommt, packe ich es mal so hin. Ihr könnt ja mal adden, wenn ihr Bock habt oder auch nicht. Muss es aber gleich weg machen. Wollten wir hier auf dem Account eigentlich jetzt mal ein bisschen umschauen. Ich habe nämlich mich selbst hier oben ganz drin. Ich habe ein paar andere Accounts von mir, die alle lucky sind. Und hier ist so viel, habe ich gesehen, gerade bei den Spezialforschungen, wo nichts gemacht wurde. Es wurde nichts gemacht, es ist nichts passiert. Der hat so viele offene Sachen hier drin, dass ich dachte, ich setze mich einfach mal hin. Ich bin am Samstag nicht da. Wir bereiten einfach ein Video für Samstag vor, weil wir keinen Stream machen, kann das ruhig ein bisschen länger dauern. Und ich möchte jetzt einfach mal hier reingehen, weil mich das selbst interessiert, was das alles ist. Ein Arcala Abenteuer 2 von 4. Kann man hier eine Pokémon-Belohnung abholen. Ich möchte jetzt mit euch zusammen einfach mal diese Sachen fangen, die hier drauf sind. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr den Account gerne adden. Und wir können gucken, ob wir dann zusammen... Ich weiß nicht, wie ausgiebig ich den spielen kann. Da soll trotzdem der zweite Account sein, aber man muss immer versuchen, nebenbei den ein bisschen hochzuziehen. Ich kann da jetzt nicht ausgiebig Level-Ups machen, also meinetwegen reißt die Geschenke und Pakete einfach auf, wie es euch passt. Ich werde jetzt hier auch immer mal bewerten. Das ist nichts. Wenn es nämlich gerade aus einer Forschung kommt, sind die Sachen eigentlich immer relativ gut, haben Mindest-IV. Wir gehen jetzt einfach mal hier durch. Da war ein Parasek. Hier ist ein Marmolit da. Das sieht auch gut aus. Ich finde es auch richtig schön, weil jetzt kann ich gerade mal wieder mit dem iPhone XR spielen, mit dem gelben, mit dem relativ neuen, neuwerdigen, was ich da habe. Das habe ich auch beim Go-Fest in Berlin gehabt, als ich vor Ort da rumgerannt bin. Habt ihr ja gesehen. Und das lässt sich so schön werfen. Das ist so schön flüssig. Das macht so viel Spaß damit. Das klingt ja wieder... Macht drei Schnappschüsse von Feuer-Pokémon im Freien. Gut, muss man irgendwann machen. April, April. Fange drei Exemplare des Transform-Pokémon. Das ist also Ditto. Dreimal Ditto fangen. Ein Ula-Ula-Abenteuer. Hier können wir was abholen. Ihr seht, selbst wenn ihr nicht so aktiv seid in Pokémon Go, eine Zeit lang gar nicht spielt sozusagen, ihr habt irgendwann so viele offene Spezialforschungen, also ihr müsst euch dazu trotzdem einloggen. Der Account hat ja jeden Tag wenigstens einen Pokémon gefangen, einen Stopp gedreht und sich in eine Arena gesetzt. Aber ansonsten habe ich nichts weiter groß mit dem gemacht. So hat er jede einzelne Spezialforschung bekommen, ohne sie wirklich zu machen. Und nebenbei ist sie manche fertig geworden. Nur durch das normale Fangen eines Pokémon und Drehen eines Pokestops am Tag ist so viel Zeug fertig, wo ich mir denke, hä? Wir arbeiten uns jetzt einfach mal ein bisschen hier durch. Unendlich viel Zeit habe ich trotzdem nicht, weil ich 18 Uhr schon wieder streamen muss. Also jetzt in dem Moment, wo ich das Video aufnehme. Ihr werdet es, denke ich mal, am Samstag sehen, dieses Video. Ich nehme das jetzt hier am Dienstag auf. Dienstag 17.24 Uhr ist es bei mir. Hier unten ist ja auch das Datum immer. Habe auch schon hier Ramses Kitchen heute aufgenommen. Zwei Folgen, habe Unboxing aufgenommen, habe die ganze Woche schon wieder durchgeplant, alle anderen Sachen eingestellt, dass immer was kommt, selbst wenn ich nicht zu Hause bin, selbst wenn ich nicht da bin, dass immer irgendwie irgendwas da ist und irgendwas gemacht wird. Ich kriege mal noch ein bisschen Staub. Da ist noch eine Lade-TM. Der Professor redet mit uns. Da sieht man ja schon dran, dass das was Altes ist, weil bei neuen Sachen redet er ja gar nicht mehr. Das sind ja hier diese anderen Männchen da. Fünf Power-Ups, ja okay. Okay, erst mal alles wirklich nur abholen, was schon fertig ist. Hier, Alola Radfratz. Das ist fertig mit der Welt. Sieht man schon, so wie es ausschaut. So siehst du aus, wenn du fertig bist. Nehmen wir jetzt auch mal mit. Bewerten wir alles, natürlich. Vielleicht haben wir ja Glück und irgendwo in so einer Aufgabe ist auch noch ein Shiny drin oder sogar ein Hunderter versteckt. Ich könnte sogar irgendwann mal ein Video machen, wie ich beim Spületrend den Stapel einfach mal leer mache. Den Quest-Stapel und die ganzen Sachen fangen, die da drin sind. Das wäre auch was. Da habt ihr wenigstens auch immer mal ein bisschen Gameplay. Das Gameplay kommt in letzter Zeit gefühlt irgendwie zu kurz. Man ist nur noch am Stream von Raids für Zuschauer. Man hat zwar die Raid-Mania, aber das ist alles im Prinzip so extrem Raid-lastig. Vielleicht interessiert es trotzdem ja den einen oder anderen, was man hier für... Oh, 14, 14, 14. Ich dachte jetzt gleich, das explodiert. Nein, das Magunio ist nicht explodiert, auch wenn es kurz davor war. Voltoball aus der Hisui-Region. Sind da drei Voltoball drin, ja? Das ist aber schön. Da hauen wir auch mal drauf. Großartig. Vielleicht hätte ich die drei abholen sollen und danach bewerten sollen, damit das schneller geht. Wäre auch eine Idee. Jetzt bewährt man den, aber erst mal, weil wir den ja jetzt schon gefangen haben, das ist schlecht. Du musst jedes Mal, du kommst jedes Mal wieder ganz raus und musst wieder die Belohnung suchen, wo das drin ist. So, jetzt. Ja gut, das nächste Ding ist, wenn du hier Schnellfang-Trick machst, oh, wenn du hier so Schnellfang-Trick machst und fängst das nicht, dann musst du es ja nochmal abholen und nochmal abholen und nochmal abholen. Das dürfte aber passen, oder? Das ist nicht derselbe. 417? Ich dachte zwar, der eben hat auch 417 gehabt, aber, ja, ja, Haben wir jetzt den gekriegt? Das wird ja noch komplizierter. Müssen wir hier nach Funddatum sortieren. Drei Voltoball, ja. Der erste war 419, das hier 417, das ist auch 417. Sind also beide genau gleich gewesen. Was haben wir noch? Wir haben, jetzt können wir das Endkapitel abholen. Wir können ja einfach erstmal alles fangen und dann zum Schluss bewerten. Uh, Shiny, Spaß, ist natürlich ein Hisui, genau. Auch 417. Ich gehe mal davon aus, dass der trotzdem jetzt drin ist. Bewertet ihn jetzt nicht. Ich fange jetzt einfach mal nur das Zeug weg und wir bewerten danach. So, wo ist was Oranges? Hier gibt es Staub, hier gibt es einen Ball, hier gibt es auch. Was verbirgt sich hinter der Maske? Das müsste eigentlich eine Forschung mit Makabaya sein. Und wieder raus und wieder rein und wieder runterscrollen. Genau, dieses Kapitel auch abgeholt. Nehmen wir auch mit, was da drin ist. Und da ist auch ein Makabaya. Das ist, glaube ich, ein bisschen hartnäckiger. Nehmen wir mal so einen Ball. Fliehen wieder, gehen wieder raus. Ich denke mal, es hat gefangen. Sonst könnte man jetzt nicht, sich nicht so feuchtfröhlich durchdrücken. Nein, es hat nicht gefangen. Deswegen steht es immer noch hier oben dabei. Nehmen wir mal. Zack, Überball. Großartig. Das dürfte aber jetzt passen. Oh, hier ist auch was fertig geworden bei einem Ula Ula Abenteuer. mit einem Alola Sandan. So, schmeiß mal rein. Hat ja mittlerweile auch sein Seeday dann gehabt mit der Alola und Akando Form. Da gab es auch wieder Beschwerden überall. Suche nach Zarude. Die Zarude-Spezialforschung ist auch hier. Oh, stellt euch vor, der kriegt ein Hunderter Zarude und keiner kriegt es mit. Also, das wäre auf jeden Fall richtig brutal. Weiter runter, weiter runter. Ich weiß gar nicht, ob das cool ist oder ob das einfach nur mega Stress ist, wenn du irgendwann anfängst, diese ganzen 10 Millionen Forschungen abzuholen, die alle noch offen sind. Aber so geht das ja relativ fix. Kapitelbelohnung bei Finde Deine Stimme. Das müsste das mit Meloetta sein. Meloetta müsste da am Ende rauskommen. Habe ich auf dem Spületrend-Account sogar schon fertig? Hier nicht. Evoli. Zack, großartig. Wieder raus. Und der Doktor redet wieder. Früher habe ich GBL-Folgen aufgenommen, die eine Stunde gingen oder so. Jetzt wird es die Samyang-Hot-Spicy-Folge. Nein, die Samyang-Buldak-Folge, die so brutal ist. Forschung zum Durchstarten. Sogar die Forschung zum Durchstarten ist drauf. Wer das nicht weiß, das war die heftigste Forschung, die es je gab. Da gab es so viele brutale Items, so viele geniale Pokémon, so viele heftige Erfahrungspunkte hinterhergeworfen. Das haben sie für Leute gemacht, die neu anfangen, dass die gleichen richtigen Push nach vorne kriegen und gleich 2000 Level steigen in allem, was sie tun. Das war die Forschung zum Durchstarten. Da gibt es zwei Glücks-Eier, 15.000 Staub und ein garantiertes Shiny Evoli war da drin. Das ist Nostalgie. Wer sich daran noch erinnern kann, wenn ihr euch jetzt anmeldet und jetzt einen neuen Account macht, da kriegt ihr die natürlich nicht. Aber früher, wenn man zu den bestimmten Zeitpunkten immer gespielt hat, hat man so viele Sachen bekommen. Hier noch ein Voltoball mit 429 statt 417. Da ist der auf jeden Fall ganz weit oben dabei. Immer wenn ich unten was abhole, wird oben wieder irgendwas anderes fertig. Das ist gefühlt die Endlosschleife. Hier gibt es einen Brüter, eine geheimnisvolle Energie. Zwei von sechs, ein Pygraulon. Ich wusste gar nicht mehr, dass dieses Pokémon überhaupt existiert in Pokémon Go. Vergesst mal Rauch. Wer braucht schon Rauch? Wir holen einfach Spezialforschungen ab. Es ist nicht mal drin geblieben. Wir brauchen härtere Geschütze. Ja, dachtest du, er ist fertig mit seiner Attacke? Nichts. Er hat noch was anderes. So, da ist noch eins. Nein, ein Flampion. Ein Flampion ist drin. Nehmen wir mal wieder hier den blauen. Der dürfte reichen. Das war nix. So, einfach fabelhaft. Das passt aber. Fange 20 mal richtig fett nach unten scrollen. Es hört ja gar nicht mehr auf. Hier ist auch wieder ein ganzes Kapitel fertig. Spezialforschung abgeschlossen. Mit Flemly. Wo kommt Flemly jetzt her? Flemly, wo gehörst du hin? Wir müssen euch dann noch alle bewerten zum Schluss. Bierschanga hat eine Freundschaftsanfrage gesendet. Die Leute können dich theoretisch dann auch alle noch annehmen. Flemly ist auch nicht drin geblieben. Flemly will auch einen gelben Ball. Dann kriegt Flemly eben einen gelben Ball. Jetzt steht es da, dass es gefangen ist. Wir scrollen wieder runter mit einem ordentlichen Schwips. Wir können eigentlich mal bis rundern von unten auf rollen. Haben wir hier auch was, was man abholen kann. so und daneben aber es zählt. Was will man mehr? Nächste Seite vom Kapitel ist auf jeden Fall auch da. Wir scrollen wieder bis runter und gehen ein Stück wieder zurück. Eine schillernde Ablenkung mit Jesse und James Waumball. Ich kann mich nicht mal erinnern, dass es sowas überhaupt gab mit so einem Namen. Was war das? Weiß noch jemand, was das war? Eine schillernde Ablenkung. Also wenn man es komplett fertig macht, wird man es ja natürlich dann sehen. Bildschirm, du bist mir viel zu aggressiv. Du reagierst ja wirklich auf alles. Eins von vier kommt auch was raus. Und zwar ein Dick da. Bisschen unspektakulär. So, Dick da auch. Nächste Seite. Die reden jetzt wieder, oder? Ja, sie reden wieder. Hatten die nicht irgendwas mit Ho-Oh zu tun und zerrudel. Gerade wenn ich hier diesen Dschungel Hintergrund sehe. Legendäre Jahreszeit. Eins von fünf. Sowas gab es auch mal. Ich habe alles gemacht. Auf dem Hauptaccount habe ich alles mitgenommen. Ich habe nie irgendwas ausgelassen. Aber manche Sachen, die sind wirklich so alt. Du kannst dich einfach nicht mehr daran erinnern. Irgendwie macht es trotzdem Spaß, die Sachen hier wegzufangen. Zu gucken, was da drin ist. Und guckt euch die Belohnungen an. Wenn ich da oben schon wieder dieses Moos-Modul sehe, was da drin ist. Bidiza eins von vier. Gerade wo man sich noch entscheiden muss, welchem Pfad man geht. Den Pfad des Bidiza oder einen anderen Pfad und noch mehr Bidiza da rausholen muss. Und es jetzt hier wieder Bidiza eins von vier. Kommst auf die zweite Seite. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Es ist natürlich Bidiza 200 noch was und drüber geworfen, aber es reicht und er redet und er wähle Bidiza Bidiza bestätigen. So, was hast du jetzt für uns? Was hast du in Petto? Was gibt es im Netto? Jetzt steht das wieder bis oben. Wir müssen wieder bis runter. Wo ist was offen? Wo ist was offen? Wo ist noch was offen? Wo ist noch hier ist was offen? Voltoball aus der Hisui Region. Voltoball 402 nehmen wir mit. Boom! Tschakalaka! So, ansonsten sind die Sachen jetzt theoretisch die offenen erstmal weg. Wir bewerten mal ganz kurz was haben wir gehabt. Wir waren bei den drei Voltoball hintereinander. Wir müssen mal hier anfangen mit bewerten noch den Hisui. Das ist nix. 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 96 nix. Auch schlecht. 96 war das das große Jahr mit 429. Okay, okay, okay. Könnte alles durchbewerten kurz. Sieht auf jeden Fall interessant aus, aber so richtig brutal war jetzt nichts dabei. Was der Account hier sonst zu bieten hat, was für Schein nichts, was für Hunderter, das ist egal. Das geht euch auch nichts an. Jetzt haben wir jetzt einfach mal Fang 5 Pidiza mach einen Schnappschuss von Pidiza ein Pokémon vom Typ normal. Also hier sind jetzt die ganzen Aufgaben. Ich könnte die jetzt alle vorlesen oder wir können es auch einfach alles sein lassen und ich gucke mal, dass ich das alles mal mache. Den habe ich heute wirklich rausgeholt und angefangen irgendwie ein bisschen aktiv zu bespielen, aber wenn ich mir hier die ganzen coolen Belohnungen angucke, spielt 10 Mal mit deinem Kumpel, da sind viele Sachen dabei, die man in einem Stream einfach zeigen könnte, machen könnte, hier guckt ihr das an, Forschung zum Durchstarten, 30.000 EP in jedem Kapitel, am Ende nochmal und nochmal Glückseier. Ich muss jetzt erstmal ein paar Freunde annehmen, damit ich auch so Aufgaben wie verschiedene Geschenke an Freunde fertig machen kann. Da kann ich euch ja noch mitnehmen, da kann ich es euch ja nochmal zeigen. Ich habe jetzt 178 Anfragen, die allererste Anfrage heute kam von Schenaia glaube ich. Ich habe das gepostet im Community Tab, habe es abgescreent, habe es einmal in den Fan-Chat, in die Raid-Gruppe und in die WhatsApp-Gruppe. Schenaia war die erste. Wir haben hier Alex dabei, Meri, Yushikiru, Rottenroxy, Reds Firestarter, Henry Nicky, Aquana Girl, PokeGo, Nicky, Carsten, Dipper Pines, Shiny Hunter, Grongelstan, Forbro, Yenna, Serkan Chau, Heketusi, Shaggy, Vivala, Ramses, Matze und Pius, Madiba, Brotpilot Lima, Skinny, Rafi, Shango, Hopfenschnitzel, Ramses Kredes, Kolitita, Clemens, CST, Luis, Chilboris, Prinzessin und Prinz, Rocco, Kugelblitz, Sayuri, Krabs, Tixakura, Emsel, Agihalmi, Dominik, Lichie, 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 Skorpion King, Shiny Zone 4, Basti, One, Maxi, Orange Juice, Crazy Taxi, Sneak, Sneakpick, Zentrale, Balou, Master Martin, Wieser Fan Enzo, Michi, Shiny Hunter, Bubi, Rico, Belie, Buslol, Lisa, Jonas, The King, US Bamsel, Padwal, Mike Strider, Murdy Dirty, Dixon, Trainer The Ups, Jarl Ragnarsson, Klotzidari, Gojan, Annalena, Daini, Reini, Luca, Pokemon, Archie, Planlos, Die Levi, Winneln, Chefe 24, Invite Star, Old Jubi, 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 Baby Cry, Poker Champion, Young Jubi, Meire, Leont, Benediktus, Derz, Meier, Shigi, Foy Loco, Luigi, Sarada, Tobi, Lutz, Marcel, Baban, Tobi, Korose, Zorro, Pokerhander, Humpenlittle, Bubu, Plip, Hikaru, Little Pauli, Usedom, Mystic Dragon, Blood and Tears, Reza, Abog, Nierk, Master, Gossi, Fanrate, Go, I'm K, Gewitter, Thick Ashley, NetGhost, Musab, Mix, Mangun, Petra, Leing, Meine Sache, Das ist ein Bejahler, wa? Fidel, Boom, Dust, Togekiss, Tobil, Psycho, Dom, Melia, Merrillin, Solo-Kämpfer, Makoto, Mishima, Blonde, Lena, The Challenge, Sabre, Mann, Brainout4, 4, Mogi, Julchen, Fähchen, Drachenfee, Meisterfänger, Exi, Wake, Thomas, Hulkman, Zockermaid, Rale, Rail, Hux, Dom, Weißenkindchen, Bisa, Sam, Cumulus, Donkey, Henry und Bernd, Ware, Bratwurst4, Anonymous, Holmes, Sherlock, Benny, Ivan, Alfie, Airway, Is, Es, DJ Rock, Mogulix, Strangelove, Mazofix, Plexi, Affe, weiß ich nicht, Indien-Skull, Noah, Bienen, Eveline, Niveis, Melodie, Leviathan, Lucas, Ritzmo, Nitschainis, MyGaradosisLong, Fanrates, Fabi3Go, Taiva, Raptus, PioLine, Eins, Xnai, Borki, Mediamarkt, Specki, Bestzeit, RyanGo, FiveRedBull, Hyper, Fabian, Mirzi100, David & Kevin, Jack Norris, Fatih, Hannover, Lieb, Yu-Gi-Oh, Bierschanga, Wattenyanga, Aikibo, Mann, 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 Das haben wir jetzt erstmal alles angenommen, Das ist erstmal der Anfang, vielleicht von was ganz Großen, je nachdem, Joa, bald, bald, hab ich meinen Hauptaccount zurück, bald, wird dann der Spületrendaccount, weggehen, und verlost werden, bis dahin, seht ihr aber von dem auch immer nochmal ein paar Updates, und jetzt haben wir schon wieder, noch ein Projekt, dass wir jetzt anfangen, den Samyang Bulldog ein bisschen hochzuziehen, Aufgaben zu machen, den immer mitzunehmen, vielleicht mal Duo Raids, oder irgendwas, vielleicht doch auch mal bei einer Raidtour, dass man weiß, man hat zwei kräftige, starke, schlachsige Accounts, Wart ihr jetzt hier dabei, habt ihr euch jetzt gehört, habt ihr euch gelesen, schreibt es mal in die Kommentare, wie findet ihr den Namen, passt das, und immer wenn man jetzt auf die Freunde geht, und man ist mit mir und dem befreundet, sind die beide ziemlich weit oben, ansonsten war es das von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, vorhaut, euer Ramses, ihr könnt gerne weiterhin noch adden, man kann ja bis zu 400 Freunde haben, wie gesagt, dieses Video nehme ich gerade am Dienstag auf, kurz vor 18 Uhr, das wird erst am Samstag wahrscheinlich dann online gehen, wundert euch nicht, bis dahin hat sich noch einiges getan, ansonsten, Peace out, vorhaut, euer Ramses, und euer Samyang Bulldog.